Hey, hallo, hier ist Sonja und willkommen zum dritten Teil von Minecraft Diversity. Wir haben letzte Folge, den Parcours-Teil, angefangen. Wie gesagt, Parcours ist eine meiner Stärken. Wir machen heute den restlichen Parcours-Teil. Das heißt, diese Folge nochmal, diese Folge ist wahrscheinlich nochmal schwierig für einige von uns. Aber danach, kann ich euch garantieren, kommt kein Parcours mehr, okay? Kein Parcours mehr. Dann kommt irgendwas anderes. Ich hab keine Ahnung was. Aber solange es kein Parcours mehr ist, bin ich glücklich. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr große Parcours-Fans seid oder nicht. Und genau, dann fangen wir an mit dem Video. Ich brauche mir jetzt gelb. Gelb. Was? Was ist? Was ist? Wie ist der Nacht, geht der jetzt? Hört auf! Du bist dummisch. Ich hab einen lustigen Lien gesendet. Lustig. Ada, guck dir das an. Das ist Spongeb... Das ist von Herr der Ringe, oder? Spongebung von Herr der Ringe liegen nicht so nah aneinander. Da hättest du schon wieder das Portalloch. Ab zum Portalloch. Guck mal, die Map ist easy. Der ist ein riesiger Drache. Leute, das ist wirklich schon ein Drachenhunde. Guck mal. Let's right. Tops, was zur Hölle ist das Problem? Jetzt weiß ich auch nicht mehr was ich hab. Das weiß ja niemand. Geh mal runter. Ja, wo geht's denn hier hoch? Ja, das ist die Frage, ne? Vielleicht tupst du halt hoch? Ja, dass du die Idee. Okay. Okay, meine persönliche Frage ist, wohin müssen wir? Hier hoch, mir nach, ich weiß den Weg. Morgen früh mache ich uns Waffeln. Das ist letztendlich der Weg. Was? Warum machst du Waffeln? Tops, wieso portest du dich einfach, als würdest du hacken hier? Da stand tot den Hackern. Das, 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 das war ein Lack. Bist du ein Hacker? Das war ein Lack. Hier, rollen, das schaffst du grad durch hier. Das schaffst du grad durch. Flo! Komm, Ronja. Komm, Ronja. Kannst du einmal an mich glauben, bitte? Einmal? Sollten wir uns nicht unterstützen gegenseitig? Wo geht sie weiter? Ja, aber Ronja, wie findest du den? Wir fangen halt mit deiner Schwäche an, aber sonst? Ich find's nice. Also, honestly... Nee, er haut nicht. Wow! Aber, ich muss sagen, ich find's richtig nice. Ich find den Parcours tatsächlich machbar. Wieso geht hier wieder hoch? Da war ne Eisentür runde, die konntest du nur von innen runde fällst. Ach, hier musst du weiter? Ja doch, 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 doch. Komm hoch. Ich komm hoch. Hier müssen wir jetzt drüber. Oh weia. Oh nein. Oh nein. Ich hab grade gesagt, ich find's gut, dass der Parcours machbar ist. Aber ich find das mit den Zäunen, das ist absolut nicht machbar. Du musst nicht verspringen. Oh nein. Das find ich furchtbar. Ich fall da immer. Kann man da sneaken? Geht das klar? Nein! Sorry. Nein. Nein. Ich hab mich gefordert zu dir. Okay, Ronja, hier bist du. Du kannst hier... Ja, du kannst sneaken. Du musst einfach nur drüber gehen langsam. Du kannst sneaken. Nein! Hör auf! Ich find's nicht gut. Toops, geh doch hin schneller. Ja. Ich lauf jetzt hier ganz langsam und vorsichtig. Ich find den Teil auch machbar. Ich mag die Map. Ich find die Parcourszeile sind reasonable, okay? Ich finde, das kann man als normaler Spieler schaffen. Pass auf Toops, da ist ein vieler Block sprung. Ey, du hast ein Checkpoint hier. Ah, cool. Warte Toops, kannst du mich in die Luft schlagen? Oh nein. Nein! Warte, ist da hinten das Portal? Beim Pinken. Guck, wir sind schon fast durch. Ja, wirklich? Guck mal, Toops lacht die ganze Zeit komisch. Ich hab so viel Spaß an dieser Map. Spaß mit zwei S. Guck, ich geh jetzt in das komisch-Pink aus dem Hinterportal rein. Nice! Okay. Nächste Farbe. Braun. Braun die. Ich hab's letztes. Ich hab's letzter. Ist wahrscheinlich so ne Kläranlage oder so. Ne, es gibt auch noch ein schwarzes. Ich hab's wirklich ne Kläranlage. Okay. Hey. Hey, das sieht aus aus, als ob Toops und Börl ist jetzt hier ein bisschen rum. Ich hab's jetzt hier ein bisschen rum. Kein Bock mehr. Toops, sehen deine Welten, die du baust, auch so aus? Also ein bisschen braun. Aber die Frage, die du stellst, ist, warum fliegt hier Sand? Äh, das hab ich jetzt noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen abgehoben. Weißt du, vielleicht ist es wieder so ein... Ich seh keinen fliegenden Sand. Das ist doch ein Witz. Wie soll man denn jetzt hier weiterkommen? Ich fühl mich... Pfff, pfff, pfff. Komm doch einfach her. Äh, oder spring doch einfach hoch. Hier ist ein... Orian. Dicker fetter Haufen Dirt. Alter. Guck hier. Ähm, ich bin grad hochgeklettert. Das ist wirklich ein dicker Haufen Dirt. Ja, ein dicker fetter Haufen Dirt. Ist das da oben das Portal, das sind pinken? Oh, was? Wie willst du da reinkommen? Äh, durch das Grüne. Du musst über die Pflanzen, glaub ich. Ja. Hm. Ich geh mal jetzt auf den Haufen. Die sind dir böse. Und dann guck ich jetzt. Du kannst in den Baum rein. Das ist ein langer Parcours, hm? In den Baum. In welchem Baum? In den Böhm. In den großen Böhm. Oh, in den Baum. Siehst du dieses Dings? Ich glaub, da geht's weiter. Ja, warte, da geht's weiter. Aber hier geht's nicht hoch. Du kannst die dunklen Blöcke zeigen, wo du hin musst. Nein. Doch, doch, guck mal, dieses Bruce. Ja, doch. Nein. Siehst du's? Ja, ich seh's. Ich bin Tops hinterhergelaufen. Ist okay. Ihr hattet Recht. Ich hatte Unrecht. Was normalerweise nicht vorkommt. Fronja hat immer Recht. Ja. Das ist das Gesetz. Es ist das Gesetz. Und wenn sie nicht Recht hat, dann hat sie Recht, dass sie Unrecht hat. Warte, müssen wir jetzt hier auf die Pflanze? Ist das ne Blume? Ja. Blume ist auch ne Pflanze. Aber... Tops, jetzt hör auf, wie ich dich schubsen! Hab ich dich geschubsen? Doch! Bonja, jede Blume ist ne Pflanze, aber jede Pflanze ist ne Blume. Tops, die Pi, mich mal zu dir bitte. Hops. Tops! Ja, was? Ich wollt mich sicher hinständig, dass wir beide wieder runterfliegen. Äh! Du bist nicht geflogen. Hab ich gern gemacht. Okay, weiter geht's. Ab! Wissen wir, Parcours ist einfach mal ne Stärke. Das sagst du immer. In Wirklichkeit cheatest du. Ja. Nein! Ja, wo geht's ne Wa... Okay, aber diesmal... Kann ich mich nochmal anmerken. Hallo, Parcours ist eine Stärke. Nein! Hört Abstand! Hört Abstand! Hört Abstand! Hört Abstand! Warte! Oh nein, da hab ich nicht getroffen. Ist schon gefallen. Okay, wo müssen wir weiter? Okay, wo müssen wir weiter? Ich glaube hier rüber. Ich glaube auch. Obwohl das ist recht tief. Sicher, dass wir da rüber müssen? Ja, guck, wir müssen hier hoch. Ich sag das ist es, bin Pro-Profi, hab die Map probiert. Ich hab die Map beta testet. In einem anderen Universum. In einem anderen... Okay, alles klar. Es freut mich, dass wir mit einem Profi spielen. Oh, okay! Ein Chaps. Perfekt. 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 Ey, was fehlt denn jetzt noch? Jetzt fehlt noch... Da! Sag ich doch. Ein schwarzer Teil. Ah! Kanonenbeil Spaß! Nein, da waren wir nämlich schon... Oh, nee, waren wir nicht. Oh, das ist auch eine Piraten-Map. Das ist nice. Au! Ups! Hau ihn doch nicht. Ich wollte ihm nur den Sprung in die richtige Richtung geben. Ich glaub, du darfst nicht ins Wasser. Habst du Spaß? Wir müssen aufs Schiff, oder? Warte, wo ist denn das Endportal? Warte, hier ist ein Villager. Hier sind mehrere Villager. Hier sind mehrere Villager. Ich spring jetzt rüber zu den Villager. In einem Kamikaze-Sprung. Okay, ich mach jetzt hier auf den Profi. Hat nicht geklappt. Okay, ich schaff's. Guck! Warte, ich will nicht hier immer oben spawnen. Das ist doch toxic. Oh, die sind die bösen Villager. Die bösen Villager. Muss man hier rein? Ich glaub schon. Hauen die uns, wenn wir runtergehen. Ihr seid ja eigentlich lebendig da runtergekommen. Hä? Ja, einfach runterspringen und nicht sterben. Ja, das ist ein blöder Tipp. Wo ist denn das Portal? Ne, du musst auf diese Zäune springen. Ja. Du musst immer so Teile. Ich fahre immer ins Wasser. Aber irgendwie das Wasser, muss ich sagen, stört mich nicht so sehr. Nicht? Ne, ich fall nämlich da jetzt schon länger rein. Ich schreite voran. Ich glaub, es ist gefallen. Ich schreite weiter voran! Sorry, ich wollte dir nur ein bisschen Gas geben. Ihr seht euch. Und da ist er. Doch bitte einfach auf. Was? Hier. Okay, und jetzt? Ne kleine Krippe, du. Ich glaub, ich muss hier rüber. Nein, nein, nein. Hier haben wir angefangen. Hier sind wir gespawnt. Nein, nein, nein. Wir haben auf der anderen Seite, bei einem anderen Schiff angefangen. Na, das ist doch Quatsch. Doch, 100% weg. Okay, vielleicht. Ich sag, du musst die Leid. Tom ist wie so Goofy, so. Okay, warte, Ronja. Springen und sprinte in die Richtung auf die Leid zu und ich schlag dich in die Luft. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Oh, ja. Oh, lol. Aber ich bin außen am Zaun. Oh, nein. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Hey, wie habt ihr's geschafft? Nein, indem du mich geschubst hast. Weil ich einfach Fee gehabt. Tops, du hast geleckt. Nein. Ach, Flo, wie bist du denn auf einmal hier aufgetauscht? Bist du auch gesprungen? Ja, ho, 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 ho. Und jetzt? Ah, nein. Hallo? Ja, es ist hier. Oh, da ist das Portal. Ja, du hast recht. Siehst du, was ich mache? Yeah, ich sehe, ich sehe, was du meinst. Es ist eigentlich nicht schwer. Ich werde sterben. Ich bin gestorben. Egal, wir haben es geschafft. Kanon.. Nein, Dings. Okay. Ja, haben wir... Welche welche? Blau... Lila... Lila! Warte, jetzt! Stopp, 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 stopp... Das leckt, wenn ihr drückt! ich glaube, es sind eh noch die, die wir alle... Wie viele sind das? Lila, füll die Lücke ein. Städte. Äh, die werden geht bis nächstes Jahr gefühlt. Okay, ja, trömchen. ok ich spring jetzt hier runter was wir machen verstanden für den blanks also vielleicht ist das ein hinweis für irgendwas aber du kannst irgendwie hier ist ein knopf ich habe gar nicht drückt siehst du das d3 n u v alles ist je länger du drauf bleibst desto schnell geht's kaputt ich glaube wir müssen kohlen geben ja nur manchen richtig ich bin oben warte hier steht doch live city 3 okay ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt jetzt ist das portal da drüber das ist richtig nice kommt wie gut es gemacht ist das finde ich richtig ok ich glaube ich kann eben noch auswählen die die wir noch fehlen also sind ok ist oh mein gott ja das fancy die freiheit ist gut dass er ein paar kurze hier drin mit seinem schleim trampolin ding sie also das ist schwer ja ich will und dann hoch springen unter dem ding hier ja ja nimm den und springen auf unterlieb unter dir das ist eine band und den ding siehst du hier darf euch hinschieß komm mal ich mache es nicht ok hat nicht geklappt schade wo geht es hier weiter ich bin wieder gefallen das heißt du musst wahrscheinlich herunter ich habe es geschafft ich finde es schön dass ich wenigstens kompetente team kann ich bin es auch schön du kannst es schaffen benutzt deine spinnenkräfte können wir können wir so spidern jetzt war das nicht so weit von spiderman war das nicht irgendwie so da wir haben keine anspielen wahrscheinlich ihren anspielung ich mag den neuen spiderman niemand packt den neuen spiderman der ist mistig okay mir langs flottest du mich bitte ich bin schon wieder runtergefallen ich bin weiter zurück als wir eigentlich waren ja aber wir sind gleich fertig mit parkour ok also ist ja am anfang habe ich noch gedacht parkour wie schlimm kann es sein ja wenn du nur ein level gebaut hat ich habe spaß an parkour aber dann hier ist einer und der spiderman sich hoch guck den jetzt an der weiß was er tut er hat ein spinnennetz in der hand ist voller kraft ok was ist da oben das portal schon das gelbe ja 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 leiter hoch geld und ich weiß ihr könnt es schaffen weiter so ich bin der moralische ok letztes freiheit oder tod hieß die übrigens in der freiheitsstatue so ein lustiges wortspiel das ich glaube das ist so ähnlich wie mir was echt weil irgendwas leckt hier der spiegel ecke musste f3a machen f3a ja das hat auch geschrieben ja das ist das bei 3 hier 1.13 ist das normal und bei 1.14 das frame anbrüche so muss man die weiter auch ich weiß wo ok wo denn wenn ich mal fragen darf hier unten dort ruhig und warnung hinter die jene ist mit dem wind kann mich auch wenden lassen ich finde mich und ja ich habe wirklich fliegt das was dem blauen nachher war das freuzeichen fliegen und das machte schön ja wo geht es dir lang immer den blauen nach immer den blauen das weiß ich wenigstens wo ja nein ja aber ich glaube schon ein oh mein gott 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 ja ja hier bist du irgendwie ein fehler gemacht habe und einfach nicht überleben ich glaube wir müssen hier hoch ich stelle ich die ganze zeit runter ich glaube das soll sie gar nicht überleben hier oben ist blau ja ich habe es genau gesehen ja ich bin ja aber nicht wir müssen schauen was der nächste nix ist ich will kein adventure machen oder sowas wie was gab es noch interessantes papier 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 dass man nicht sehen wir müssen irgendwie rein irgendwo zwischen durch unten ist ich habe doch gesagt wir müssen runter als ob wir uns hier gerade hoch krebsen oder damit wir runter müssen unten ist aber ein loch und da müssen wir ran ne das ist ein witz ne wirklich klubst du sie machen ja ich weiß unten unten ich hab ich war doch richtig ich hab mir gedacht hier diese kamer nichts blaues ja ups nice ronja ist richtig und topst ist nicht richtig ok da bin ich richtig topst du das ruhig ein flo ich bin in deiner hose hey toooops das war floh er hat nach unten geschossen ich finde es frech auch kollektives mobbing hier dem blauen nach dem blauen nach dem floh mit seinen value hinweisen ich finde es gut dass floh sich auch nicht wiederholt sondern immer neue relevante sachen sagt wir müssen hier was machen immer dem blauen nach mal gucken was ja du musst dem blauen nach ja wir müssen ja hier ist kein grün was glaubst du passiert da mit dir ja nix vielleicht bist du farbblind wenn du dem grünen nach gehst ok immer dem blauen nach oder ja immer dem blauen ja ja müssen wir denn was machen nur so ne frage oh nein wir müssen dem blauen nach ronja ok leute kann ich hier mich parten ronja wie wärs wenn du noch nein jetzt hab ich nein hast du dich zu mir geportet oh nein wie machst du das du hast mich in den tod geportet ok das stimmt gar nicht ich war dem blauen nach ok jetzt tp mich solche mitspiele wenn man solche mitspiele hat dann brauchen wir keine feinde mehr wir brauchen keine gegenspiele weißt du wo man hin muss den blauen nach oder ich sehe das blaue einfach den blauen nach aber ich musste sprint jumpen ja aber ist immer wichtig dass du das blaue im auge hast nur dein blaues auge aber oh mein gott ich weiß wie du musst den ventilator nutzen ok und dann ich kann es auch sehen das blaue lol oh warte das reicht ich hab gar nicht mal verloren doch wir haben verloren da oben ist nämlich das blaue ich will nicht durch den sterben ja dann stimmt doch einfach nicht hör doch einfach auf zu sterben tups ne ronja dann seid mal gesund geht grad nicht seht ihr das tups du blöd man nein oben ist es übrigens ich wollte alle zu mir vorraten aber ich hab alle versehentlich ja das war raum mit aussicht ok du hast so hart gearbeitet an dieser branch vielleicht kriegst du belohnung guck hier gibt es die wolle hier gibt es wolle oh guck mal wir kriegen wolle von dem alten mann ach die schubs hin und her die werfen hin und her ja komm jetzt warte wir müssen die irgendwie fangen oder ich fange die kein ding warte ok also wir müssen irgendwie die wolle hier fangen sagen die ganze zeit nimm's aber wir können nicht ich glaube können wir gegen was machen ich glaube nicht oder doch kannst du rechtsklicken machen weißt du oh nein oh nein oh nein das war quit reset nein oder nein nein oder wer hat den quit reset gedrückt von euch affen ich dachte das war ein geiler nein komm mal komm mal ok wer jetzt die pinke wolle ja können wir sie jetzt rein tun ok analisiert bitte zurücktreten was ist das hallo das ist ein stein tops du wirst sterben tops du willst sterben oder jetzt blubbert die blubber 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 oh und der zweite stein parkour voll vielleicht hätten wir doch quit mussten ok ich würde sagen dass wir jetzt in die hinterricht umschauen so das war es dann aber auch mit dieser folge falls ihr hier neu seid würde ich mich freuen wenn ihr auf das kleine abonnieren zeichen drücken würdet wenn ihr die locker aktiviert kriegt ihr immer notifications wenn ich neue videos poste das ist normalerweise jeden tag 13 uhr kann aber sein dass es sich manchmal um eine viertel halbe stunde nach hinten verschiebt je nachdem wie spiel ich gerade dran für die uni bin und wie gesagt das ist das ende von parkour danach kommt kein parkour mehr falls euch die feier gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen hoch da und schreibt mir einen kommentar übrigens diese intro outro szenen sind aktueller und die diversity sachen sind einem rutsch aufgenommen das heißt falls ich meine stimme in diversity noch furchtbar anhört und ihr alle sagt oh mein gott gute besserung du bist krank ich bin nur noch ganz ganz wenig krank meine stimme klingt auch wieder normal ausgerechnet jetzt muss ich husten aber das heißt keinem sorge ich bin ich wochenlang krank und mache meine stimme immer mehr kaputt indem ich weiter aufnehme das war ein tag und davon seht ihr jetzt noch die videos also nicht wundern naja wie dem auch sein wird es gut bis zum nächsten mal tschau